WDR mediagroup GmbH 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 Jetzt brauchen wir aber nur noch 10 Grad, Steiggrade. Wer brauchen wir jetzt erstmal nicht? Also jetzt ist es ordentlich mal ein Rücken durch den 10 Grad. Genau. Und da verhalten bei 10 Grad. Sehr schön. Gut. Kleiner Blick auf den Kursanzeiger. Ihr habt das schon gesehen, es geht gleich rechts hoch. Zurück auf den Kurs. Die Kursanzeiger.